hallo und herzlich willkommen zurück zu scorn erst einmal vielen dank für eure commis auch hinsichtlich dem thema bewegungsunschärfe tatsächlich bei allen videos war bewegungs unschärfe aus also nicht an ich habe jetzt hier bei den einstellungen noch mal die schärfe ein hochgesetzt ich glaube es ist ein bisschen besser zumindest empfinde ich das so wir lassen jetzt mal die einstellung so und ihr könnt ja gerne mal berichten ob es so besser ist dann würde ich sagen wir genießen das spiel weiter ich bin wieder hochgegangen die eine etage wir hatten ja unten den fahrstuhl freigeschalten und ich bin jetzt noch mal hochgelaufen weil hier sind jetzt glaube ich zwei kugeln und jetzt bin ich mal gespannt hier gibt es ein paar geräte wir drücken mal nein 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 ok er macht weiterhin nur das wir steigen mal in den in die kugel ein so kriegen wir die kugel aber nicht dahin ich will gerade mal schauen der anderen seite ist jetzt auch eine jahr aber fast ich überlege nämlich gerade irgendwie müssen wir die kugel mit diesem greif arm glaube ich greifen damit wir sie wiederum damit diesem anderen großen greif arm wahrscheinlich woanders hin transportieren können wir probieren zwar okay das ist nicht die lösung nee das ist auch nicht die lösung ich muss aber auch sagen ich habe jetzt einige tage nicht gespielt deswegen muss ich mich auch ganz kurz noch mal orientieren das ist immer ein bisschen einfacher wenn du halt am stück spielst guck mal dieser greif arm da kann man den auch lösen müssen wir den vielleicht sogar lösen ach guck mal an das ist wieder so ein heil automat bevor wir den benutzen würde ich mich aber noch mal heilen nicht dass sie nicht alle reingehen nicht dass sie nicht alle reingehen wie erfüllt nur zwei auf da ist schon der frech halt aber sonst gibt es hier nichts ne sonst sieht es nicht so aus als gäbe es hier was dann schauen wir weiter was passiert denn wenn wir jetzt hier achso dann können wir den kran nur benutzen irgendwas irgendwas ist mir entgangen wir haben diese kugel da raus gelöst das ist der fahrstuhl da haben wir die beiden schächte freigeschalten kommt weiter 1 2 0 Up 0 auf Und hier kommst du zu den Fahrstühlen. Das ist auch klar. Wir müssen einfach mal ein bisschen rumtesten. Das ist auch klar. Okay. Ich habe jetzt aber auch nicht damit gerechnet, dass es diese Kugel ist. Schauen wir mal, wo er die hinbringt. Der schleift sie da vor und wir müssen sie jetzt wahrscheinlich mit dem Kran abholen. Jetzt. Jetzt. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie ist was hinter mir. Ich habe immer das Gefühl, die Kran auf den Kran auf dem Kran der Bogen wird. Ich habe immer das Gefühl, dass ich die Kran auf den Kran, aus dem Kran auf den Kran auf den Kran auf der Straße. Ich werde das Gefühl, wie es das ist. Aha, das nimmt er nicht. Vielleicht müssen wir hochfahren zu dem Greifarm. Ich bin gespannt. Ach ja, vielen Dank auch noch mal für den Hinweis mit der Pistole, die wir hier gefunden haben, dass man aufpassen muss, bevor man hier in den nächsten Abschnitt reist, dass man diese Pistole hat. Weil scheinbar kann man nicht zurück und wenn man sie nicht geholt hat, kriegt man sie auch nicht. Achso, jetzt wollen wir das Ding mal da rüber karren. Ah, jetzt fügt sich auch langsam das Puzzle. Man muss echt ein bisschen rumprobieren manchmal. Ich finde, die Rätsel sind jetzt nicht super schwierig, aber manchmal einfach nicht logisch. Also, versuchst du das dann irgendwie mit Logik zu begründen und dann ist es manchmal schwierig. Ah ja. Und nun? Jetzt haben wir da eine Kugel eingesetzt, das haben wir sehr gut gemacht. Können wir da einsteigen, mal schauen, wo der Fahrschuh jetzt hingeht. Ah ja, in diesem Abschnitt, da waren wir nämlich noch nicht. Wie sieht eigentlich der Waffenladestand aus? Gut. Sehr schön. Ah, das Spiel ist doch stimmungsvoll. Oh, dieses Tier. Irgendwann frisst es uns wahrscheinlich auch. Wow, was war das? Irgendwas sauschnelles. Oh, da krabbelt einer. Jetzt sagen wir, wir gehen erstmal runter. Ach, der will hier hoch. War ja klar. Kommt er? Ja, wir können ja so lange mal hier schauen. Der braucht ja immer ein bisschen. Guck mal, da ist schon wieder so eine Brutblume. Nenne ich sie mal ganz liebevoll. Vielleicht auch nicht ganz richtig, aber... Der kleine Scheißer braucht aber lang. Hä, wo ist er jetzt hin? Boah, diese Wucherungen... Habe ich ein bisschen das Gefühl, werden auch immer mehr, oder? Schaut sich so an. Ach, guck mal, hier ist schon wieder so ein... Der hängt scheinbar fest, okay. Okay, wir müssen hier weiter. Schade. Tut er uns was? Hä, ich tu dir nix und du tust mir nix. Sehr gut. Ich seh schon, wir verstehen uns. Boah, die Geräuschkulisse, oder? Gribschelrischen, oder? Super! Boah... Boah! Boah... Boah, Boah! Boah! Boah... Tja, hier geht es gar nicht weiter, schön. Gibt es hier irgendwo ein Knöpfchen oder irgendwas? Meistens sitzt ja der Fehler zwischen den Ohren. Ich habe es natürlich rausgekriegt. Man muss natürlich die Waffe wechseln, weil dieses Gerät natürlich nur diese Waffe akzeptiert. Aber ich finde diese Brutkammern irgendwie echt gruselig. Fleischproduktion, ne? Kriegt da irgendwie einen ganz neuen Begriff oder eine ganz neue Bedeutung? Oh, was? Der ist aber groß. Oh, was? Oh, was? Wow. Wow. Wow, was ist denn das für ein Ding, bitte? Okay. Schön. Nicht? Von wo kam der denn jetzt? Wollen wir mal kurz gucken. Boah, diese bedrohliche Musik, da kriege ich echt Gänsehaut. Da würde ich gleich erst reingehen, sieht mir irgendwie aus wie ein Fahrstuhl. Ah ja, von da sind wir gekommen, okay. Okay. Boah, ich würde da gerne noch mal kurz gucken. War an dem Automaten noch Munition zu holen? Ja. Ich glaube... Ich glaube... Ach doch, ich wollte gerade sagen schade, aber geht. Die vier Schuss, die nehmen wir noch mit. Aber nur zur Sicherheit. Bis zum nächsten Mal. Auf geht's. Gab es hier auch noch so ein Gerät? Ne, hier gibt es kein Gerät mehr. Ich habe nicht überlegt, ob man das Gäder hier auch machen kann, aber scheinbar nicht. Ach, ist gar kein Fahrstuhl, knapp daneben ist er vorbei. Oh, die hat es wohl erwischt hier. Mhh, lecker. Dann würde ich sagen, aber in Anbetracht der Zeit machen wir hier einen Cut und in der nächsten Runde schlagen wir uns hier weiter durch. Ihr könnt mir ja, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das so mit der Bewegungsunschärfe oder nicht vorhandenen Bewegungsunschärfe besser ist. Dafür schon mal vielen Dank und dann bleibt mir bitte weiterhin gesund, genießt die Zeit, bis gleich. Ciao.